Diese Woche bei Hour of Power. Bobby Schuller predigt über das Thema harte Zeiten vergehen, das Herz einer Taube. Bauen Sie ein Leben auf, das zählt. Ein Leben, das Stürmenstand hält und nicht ins Wanken gerät. Stärken Sie Ihr Herz, denn das Innere ist entscheidend und folgen Sie Gott von ganzem Herzen. Seien Sie ehrlich, liebevoll, achten Sie auf Ihre Worte. So wird Ihr Leben stark und standfest. Entdecken Sie Hour of Power mit Bobby Schuller. Die beste Stunde im Fernsehen.